Aktuelle Ausstellungstipps aus dem Myriceum in Waren Die Türen des Myriceums in Waren bleiben vorerst noch geschlossen. Doch das Museum kann auch digital über eine App erlebt werden. Über die innovative Lern-App Museumstars können klein und groß ihr Wissen testen, neue Themen kennenlernen, Sterne sammeln und in Levels aufsteigen. Drei Challenges haben die Mitarbeiter des Myriceums bereits ausgearbeitet, beispielsweise Lebensraumwald, die grüne Lunge. Diese Challenges sollen die Neugier wecken und Lust auf einen Besuch vor Ort machen. Ab cre everyone will selber sein können. Jetzt haben wir ein zwell Mal. Alles gut, aber das seeing andere sind, sind alle Gemischen zeigetram разные. Vielen Dank. Vielen Dank.